In diesem Video meines Crash-Kurses möchte ich dir nun zeigen, wie du mit Microsoft Forms erstellte Formulare und Quizaufgaben direkt in den Aufgaben in Microsoft Teams nutzen kannst. Dazu klickst du im Kanal Allgemein auf den Connector oder auf die Registerkarte Aufgaben. Dort hast du nun die Möglichkeit eine neue Aufgabe zu erstellen. Das geht mit dem Erstellen-Button. Hier hast du nun die Auswahl, entweder eine Aufgabe selbst zu definieren, ein Quiz zu starten, also mit einem Formular diese Aufgabe zu gestalten oder eine bereits vorhandene Aufgabe zu kopieren. Da wir nun ein erstelltes Quiz nutzen wollen, nehmen wir nun den Punkt Quiz. In dieser Übersicht siehst du nun alle Quizaufgaben, die in deinem Office-Account hinterlegt sind. Ich möchte in diesem Fall nun das Quiz 1c Strecke Strahl und Gerade vom 30.03. nutzen. Dazu klicke ich dieses Quiz nun an und in einem nächsten Schritt klicke ich auf Weiter. Hier siehst du nun, dass das Quiz bereits eingebunden wird in deine Aufgabe. Du kannst hier noch den Titel eingeben. Ich lösche hier den Text Kopie heraus. Dann könntest du noch Anweisungen eingeben, wie zum Beispiel, löse die Quizaufgaben und dann mögliche Punkte. Die möglichen Punkte sind in diesem Fall bereits vorgegeben, da in meinem Quiz insgesamt 25 Punkte möglich sind. Wie bei jeder Aufgabe kannst du nun auch noch das Fälligkeitsdatum definieren. Mit einem Klick auf Bearbeiten kannst du nun definieren, ob du dieses Quiz für die Zukunft planen möchtest, wann es fällig ist und wann dieses Quiz abgeschlossen werden soll. Ich klicke nun auf Fertig, da ich mit den Einstellungen zufrieden bin und das Quiz soll sofort zugewiesen werden. Wird ein Quiz sofort zugewiesen, steht rechts oben nun Zuweisen. Würdest du eine Zuweisung planen an einem späteren Zeitpunkt, würde hier stehen Zeitplan. Möchtest du den Quiz im Moment nur als Entwurf speichern, klickst du einfach auf Speichern und das Quiz wird noch nicht zur Veröffentlichung vorgemerkt oder überhaupt ganz veröffentlicht. Ich klicke nun also auf Zuweisen. Wie du rechts unten siehst, wurde nun diese Aufgabe bereits als Benachrichtigung an das Team geschickt. Im Kanal Allgemein findet sich nun die Benachrichtigung, dass eine neue Aufgabe verfügbar ist. Jetzt ist die Aufgabe bereit, um von deinen Schülern und Schülerinnen bearbeitet zu werden. Haben nun deine Schülerinnen und Schüler das Quiz gelöst, kannst du das nun natürlich auch kontrollieren. Mit einem Klick auf Aufgaben kommen wir nun wieder zur Aufgabenübersicht. Und ich sehe hier, eine von zwei Aufgaben wurde bereits eingereicht. Ich klicke nun darauf und sehe, ich habe diese Aufgabe bereits abgegeben, der Testschüler noch nicht. Ich kann nun auf die abgegebene Aufgabe klicken und es wird das Formular geladen. Es ist dann ersichtlich, wer hat dieses Formular ausgefüllt, wie lange hat er dafür gebraucht und wie viele Punkte gibt es. Die erste Frage hier muss manuell bepunktet werden. In diesem Fall hat der Schüler 80% erreicht, er bekommt also 8 von 10 Punkten. Und bei der analogen Übung habe ich vom Schüler bereits das Bild im Chat erhalten. Er hat alles richtig konstruiert, er bekommt hier also nun 15 Punkte. In Summe hat er also 23 von 25 Punkten erreicht. Würden bereits mehrere Schüler abgegeben haben, könnte ich nun mit dem Pfeiltasten oder mit dem Button Nächstes überprüfen, durch das Quiz navigieren und so Schüler für Schüler korrigieren. Möchte ich nun noch ein Feedback hinterlassen, geht das Ganze mit der Sprechblase. Ich kann hier nun eingeben, du hast sehr sauber konstruiert. Dieses Feedback kann ich nun auch posten. Damit es auch für den Schüler oder für die Schülerin sichtbar wird. Ich klicke nun auf Posten und auf Schließen. Die benotete Aufgabe ist nun im Bereich Benotet zu finden. Und ich sehe hier nun, dieser Schüler hat 23 von 25 Punkten erreicht. Und mit einem Klick auf das Feedback sehe ich auch, welches Feedback ich hinterlassen habe. Ich wechsle nun noch zur Schüleransicht. Das ist möglich, da ich in der Desktop-App mit einem Schüleraccount angemeldet bin und hier im Browser mit einem Lehreraccount. Normalerweise ist es nicht so einfach möglich, dass man so schnell zwischen Lehrer- und Schülerrolle wechselt. Wechsle ich nun in die Ansicht des Schülers, bekommt der Schüler nun eine neue Chat-Nachricht, wo zu sehen ist, dass die Aufgabe retourniert wurde. Ich kann nun also auf View Assignment klicken und werde direkt zur Aufgabe geleitet. Dort sieht der Schüler dann noch einmal die Aufgabe, die er abgegeben hat und auch das Feedback, das er sehr sauber konstruiert hat. Nun bist du bereit, dass du deine selbst erstellten Quizaufgaben und Formulare direkt in den Aufgaben von Teams nutzt. Viel Spaß nun beim Ausprobieren! Untertitelung des ZDF, 2020